Ich hoffe, dass... Gehst du da auch? Jetzt hält er sich nicht fest. Obwohl, schaffe ich den Sprung überhaupt? Ja. Versalten, versalten, hoch, 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 weiter, 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 jawoll! Oh, nö! Nein! Oh, fuck, 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 fuck. Ich springe nach in die Kreissäge. Ich habe einmal den Jump nicht gemacht. Ich habe B gedrückt. Auch wenn es auf diesem Controller kein B gibt. Okay, erst... ...so machen. Ich habe jetzt gerade keinerlei Ahnung. Ja, das ganze Ding besteht aus... ...ääh... ...Stumm. ...rumpf. Geht jetzt hier runter? Ja. Komm noch ein bisschen weiter. Oh, Mann. Geronimo! Alter Falter! Nicht zu weit zurück. Ich will nicht in die Kreissäge. Schon wieder. Gleich kommt die Kugel und die wird mich platt machen. Moment, ich muss hier hoch. Und wenn dann gleich die Kugel kommt... Nein. Forget it. Forget it. Ich muss die Kiste nach da vorne... ...jetzt beweg deinen Arsch. Schneller, schneller, schneller. Ey! Ey! Was war das denn jetzt? Das war ein Millimeter so... Ich kratze dir mal den Rücken. So war das. Und nicht anders. Das war nur ein bisschen... Ich kratze dir den Rücken und dann... Oh, nein! Ein zwei Millimeter tiefer Schnitt. Und dort. Wieso habe ich hier keine Soundeffekte mehr? Aber ganz einfach. Was soll ich hier auch anders machen? Es ist nur Kiste schieben. Dann auf Kiste rauf und schnell rüberspringen. Oh! Und nicht von Kiste erschlagen lassen. Und schon versaut. Schon versaut. Und schnell weg. Was ist das? Was ist ein Glühwürmchen? Bringt das mich ins gelobte Land? Achso. Hier geht's weiter. Was ist das? Nein! Falsche Richtung. Kleiner. Ich bin wieder wie so ein Zombie. Ah! Stimmt, da war ja... Lampe, klar. Boah, ich hoffe, die Alte kann mir gleich helfen. Sonst habe ich ein Problem. Gut, dass wir hier ein Förderband haben. Was soll ich denn? Puh! Was soll ich denn? Hä? Ja, bleibt nur noch Matsche von mir übrig. Jetzt lauf! Nein, jetzt noch nicht. Zuerst. Hä? Wie soll man... Oh, ich muss da rechts hin. Da sind diese Viecher, die das abzwicken. Nein, bleib erst mal hängen. Bleib erst mal hängen. Jetzt. Hoch, 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 hoch. Okay, komm, den, den Sprung müssen wir schaffen. Den müssen wir nicht schaffen. Wie soll ich den denn vernünftig schaffen, den Sprung? Ach, du dämliches! Pissblach! Wo fange ich ihn jetzt wieder an? Okay, ich fange den Kapier wieder an. Alles klar. Nee, das geht... Ich gehe einfach hier nach rechts weiter. Oh, hier muss ich so oder so. Oh, 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 oh. Und jetzt? Ah, jetzt laufen wir andersrum. Alles klärchen! Ähm. Moment, kann ich mich an den Zahnrädern festhalten? Können Sie mal ausprobieren gerade. Warte. Nope. Lässt du da los, Mensch! Aber ich schaffe diesen Sprung nicht. Das kann man nicht schaffen. Hä? Ich bin gerade mehr als verwirrt. Nee, das ist dringend. Nee, muss ja so. Aber wie zum Himmel-Donner-Wetter... Ah, ich glaube, ich habe das Riss als Lösung. Nee, erst so. Oh, Mann, du bist zu blöd zum Eierlegen, ey. Kindchen, Kindchen, Alter, du regst mich auf. Okay, wir lassen ihn jetzt erst mal ein bisschen laufen. So, jetzt aber. Oh, 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 Death Trap, Death Trap. Oh, hm. Okay, High Voltage, High Voltage. Oh, jetzt ist. Oh, 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 oh. Ist das auch aus Strom? Nein, gut. Okay, rechts geht's nicht weiter. Moment, hier ist jetzt kein Strom drauf. Ich muss den dazu kriegen, dass der hier rüberfährt, hab ich so das Gefühl. Nee, es ist überhaupt Bullshit. Hier kann ich ja nur... ...hier rüber. Oh, Mann, das ist hier nicht mehr feierlich. Oh, Mann, das ist hier nicht mehr feierlich. Ich komm grad auf mein Leben nicht klar. Ich hab mich zu Tote gezogen. Hm. Hm. Wee! Und dort. Ich verstehe dieses Rätsel nicht. Dann muss ich da rechnen. Ah, ich glaube, ja. Oh, come on. So, jetzt, wenn er hier rüberkommt. Ach, ich kriege hier noch die Kotze. Bei diesem Spiel. So langsam. Oh, beeil dich doch mal ein bisschen. Alter, das Spiel will mich. Warum fixt du mich? Oh. So, jetzt. Jawoll. Das geht los. Warum hat er eigentlich losgelassen? Ist das euer Ernst? Nochmal ab hier. Jetzt. Oh, ich habe vergessen. So, lassen wir mal da stehen. Aber ich weiß, wie es geht. Das ist ja schon mal die Hauptsache. So, sobald er gleich da ist. So. Und rüber. Ja. Ha, ha. Komm, die Zunder, 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 Zunder. Meine Herrschaftszeiten. Meine Herrschaftszeiten. Oh. Nated. Alter. Das war's für heute.